Die Cannabis-Legalisierung beschäftigt uns schon seit langem. Sie sind strikt dagegen. Warum? Wir geben das wichtigste Instrument der Suchtprävention auf, nämlich die Kontrolle und Marktbegrenzung. Mit der Teillegalisierung wird der Markt erweitert. Es wird den legalen Markt zukünftig geben, den illegalen Markt, der fortbestehen wird. Aber soll die Cannabis-Legalisierung nicht eben den illegalen Markt einschränken? Warum wird das nicht so funktionieren? Der illegale Markt wird unwesentlich eingeschränkt werden, weil mit einer Legalisierung die Risikowahrnehmung für die Gesundheitsschäden des Konsums sinkt und damit der Bedarf nach Konsum ansteigen wird, auch unter Jugendlichen. Und weil mehr Konsumenten plötzlich vorhanden sind, wird auch der illegale Markt weiter befeuert werden. Nun sieht es aber dennoch so aus, als ob Cannabis legalisiert wird. Der Bundesrat wird darüber jetzt besprechen und entscheiden. Wahrscheinlich werden sie auch den Vermittlungsausschuss anrufen. Der Gesundheitsausschuss hat ja eben gefordert, dass die legale Besitzmenge von Cannabis reduziert wird und dass es außerdem mehr Suchtberatungsstellen und Behörden geben wird. Wäre das für Sie ein Kompromiss? Es ist ein Riesenproblem, diese Menge 50 Gramm, weil Jugendliche, die wir hier mit Cannabis-Abhängigkeiten stationär behandeln müssen, verbrauchen pro Monat gerade mal 30 Gramm. Was die Beratungsstellen für Jugendliche und auch die Behandlungseinrichtungen angeht, gibt es überhaupt keine Lösungsperspektive. Denn der Regierungsentwurf stellt dafür keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Und Jugendsuchtberatung ist fast bundesweit nicht existent. Gibt es denn noch irgendwelche Änderungen an dem Gesetz, die noch vorgenommen werden könnten, damit Sie dem ein bisschen mehr zustimmen könnten? Wir müssen unbedingt die Prävention stärken und dafür müssen den Ländern auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Prävention darf sich aber nicht auf Plakate und Informationen beschränken, weil dies die Jugendlichen ohnehin nicht erreichen wird, sondern wir brauchen eine besonders gut aufgebaute schulische Suchtprävention, beginnend in der Grundschule, die sich dann bis in die Sekundarstufe 2 weiterentwickelt. Das heißt also, Bildungs- und Familienpolitik müssen auch mit Blick auf die Cannabis-Legalisierung stimuliert und gefördert werden. Hier muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Vielen Dank. Vielen Dank.